Der Celluvayer läuft bei uns seit ca. Anfang 2019. Er ist sehr prozesssicher. Seit Start des Celluvayers haben wir keine Probleme mehr an dieser Stelle. Für anspruchsvolle Sortier- und Orientierungsaufgaben ist der Celluvayer eine hervorragende Wahl. Wir werden ihn bei derartigen Projekten auch zukünftig wieder gerne einsetzen. D.H.L. Home Delivery is part of the world's leading logistics group Deutsche Post D.H.L. Group. Since 2006, D.H.L. Home Delivery has been providing logistics order processing for HSE, one of the largest omni-channel companies in Europe. Over 45,000 parcels delivered per day to customers in Germany, Austria, and Switzerland, and combined with a continuously changing product offering, this requires an innovative logistics concept. State-of-the-art automation, high throughput, outstanding process reliability, flexibility, and sustainability are a must. At the D.H.L. Logistics Center in Greven, such a spot was a parcel-crossing arrangement, where two flows were merged and subsequently separated into two conveyor lines, followed by barcode scanners. Frequent crashes and alignment problems resulted in high downtime and read errors, leading to a significant loss in the fulfillment areas. Together with FS Solutions, Cellumation can provide the perfect solution. Bevor der Celluweya bei uns integriert wurde, hatten wir an der besagten Stelle ein großes Problem, weil diese Stelle ein Nadelöhr bei uns in der Abwicklung des Logistics Centers bedeutet. Wir hatten die Probleme, dass viele Kartons sich an dieser Stelle entweder verkantet haben, verdreht haben. Es haben sich sehr große Rückstaus in das Logistics Center gebildet, so dass im Endeffekt nach einiger Zeit das Logistics Center im Durchsatz sehr stark eingestrengt war. The goal of the Retrofit was to remove the bottleneck and increase performance. The original system was designed for only 2,000 parcels per hour, but now had to be replaced with a more powerful sorting solution. A 75% increase in performance to 3,500 parcels per hour should be achieved. This high performance required parallel processing with a small footprint. Furthermore, an accurate alignment had to be achieved, in order to prevent read errors in the subsequent scanning. These requirements, combined with the difficult installation situation, is where conventional systems reach their limits and where the sweet spot of the Celluweya begins. Bei dieser Aufgabenstellung ging es darum, Produkte zu sortieren, unterschiedlichen Ausgängen zuzuordnen, aber eben auch zu orientieren. Das heißt also, auf den Förderer auszurichten, zum Beispiel zur Seitenführung. Das haben wir lange untersucht, welche Möglichkeiten gibt es. Bis auf den Celluweya haben wir kein geeignet, das ist dem gefunden. Und der macht es tadellos, mit sehr wenig Platzbedarf, letztendlich diese Funktion sortieren und orientieren zu verbinden. The solution succeeds through the interaction of modular conveyor technology from FS Solutions, combined with the intelligent and space-saving Celluweya sort from CelluMation. This allowed the entire system to be perfectly integrated in the limited available space. The next big challenge was the narrow time window of one and a half days to remove the old conveyors and integrate the new system. For this, both systems were delivered with a perfect fit. Wir hatten eineinhalb Tage Zeit, um die Bestandsanlage abzubauen, neue Anlage einzubauen. Und das hat gemeinsam mit dem Team von DHL, CelluMation und FS Solutions wunderbar geklappt. Und somit konnte die Anlage wie geplant wieder in Betrieb genommen werden. The new system was not only integrated fast, but was also able to convince DHL with its high performance and high process reliability in the long term. Wir würden immer wieder den Celluweya für einen ähnlichen Einsatz wählen. Aus dem Hintergrund, weil die Prozesssicherheit des Celluweyas sehr gut gegeben ist. Zum einen, zum anderen, aber ganz wichtig für den Bereich der Technik, die Fehlerhäufigkeit sehr gering ist. Und wenn es denn zum Fehler kommt, tatsächlich die Reparatur sehr einfach durchzuführen ist. This Celluweya Sort is an intelligent sorting unit equipped with two inbounds and two outbounds. Parcels can either travel straight ahead or cross to the opposite outbound. For perfect sorting, two 3D cameras supervise the whole process. They detect incoming parcels and calculate an individual path for each of them. The feedback system ensures that every parcel moves exactly as planned, regardless of its dimensions, creating a perfectly controlled parcel ballet on 68 cells. In order to assure a perfect scanning of barcodes, the parcels are set to leave the sort of short side leading, regardless of the previous orientation. This avoids jams in downstream conveyors and ensures faster processing as well as lower downtime. Am besten gefällt mir an der Integration des Celluweyas die Funktion, dass der Celluweya durch eine über ihn befindliche Kamera verdrehte Kartons wieder tatsächlich in die richtige Richtung dreht, wodurch wir bei uns in den Fehlerstellen viel, viel weniger Aufwand haben, als es zuvor gewesen ist. With the Celluweya Sort and the modular conveyor technology from FS Solution, DHL Home Delivery was able to achieve a high efficiency gain, which allows at the same time to cope with the future challenges of increasing parcel volumes at the HSE Logistics Center in Greven. Wir bei FS Solution freuen uns sehr darüber, dass DHL und HSE sich für innovative Förderer von FS Solution und Celluweya entschieden haben und auch nach Jahren Betrieb sich zeigt, dass das die richtige Entscheidung war. Celluweya was able to convince DHL and FS Solution with its innovative Celluweya technology. At this point, we would like to say thank you for the great cooperation. Celluweya technology in einem Wort beschrieben, innovativ, kompakt, leistungsfähig. Also, dann wollt ihr das aus dem Zusammenhang? Kompakt und leistungsstark. Kompakt und leistungsstark. Kompakt und leistungsstark. Kompakt und leistungsstark. Lichensstark. Und, nicht zuliegtit' unisher nach